Hallo und herzlich willkommen bei Dark Souls 3! Das war immer super Timing jetzt mit dem Umschalten. Oho, ich sitze auf 10.000 Seelen! 10.100 Seelen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Binärcode vom Computer. Ich habe 1 0 1 0 0 Seelen. Aber es geht, alle frei heute hoffentlich. Ansonsten müsst ihr euren Arbeitgeber verklagen. Das war schon viel zu anstrengend. Ich geh wieder ins Bett. Wir sind in Irithiel. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Wir sind in Irithiel. Eine Festung. Oder ein sehr großes Kloster. Hoch in den Bergen. Denn es schneit! Es ist also noch Winter, obwohl wir eigentlich gerade Frühling haben. Das ist schön. Weil es hat gar nicht wirklich geschneit dieses Jahr. Wir müssen nicht bei uns hier. Der Endpost sind die sieben Zwerge. Spoiler! Das wäre aber mal ein cooler Kampf gegen so sieben Zwerge zu kämpfen. Das wäre irgendwie lustig. Äh, bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich tatsächlich gerne einmal zum letzten Bonfire zurück. Oh. Church of Joschka. Da muss ich ein bisschen lachen, weil mein Fortbildungsdozent gerade heißt Joschka. In seiner Kirche. Ich wollte nämlich nochmal... Hi, Lord. Weil ich da nochmal bei der Brücke gucken wollte. Da war noch so ein Absatz, wo ich vielleicht versuchen will, drauf zu springen. Aber nicht mit 10.000 Seels hätten wir gerade auf. Das ist vielleicht nicht so gut. Hi, Lord. Wir haben doch Kure schon begrüßt. Oh, hi, Lord. Und außerdem hatte ich mir hier noch aufgeschrieben Crystal Lizard am zweiten Bonfire. Wisst ihr noch, was das war und von wo das zweite Bonfire? Hm. Irgendwie haben wir irgendwo einen Crystal Lizard übersehen. Oder ich habe das noch nicht abgehakt. Krabber und weiß von nichts. Okay, also erstens wollte ich gerne per se mal über die Brücke gehen. Durch. Eigentlich ist mein Ziel einmal da auf die andere Seite, weil ich glaube der Vorsprung, ich meine, ist eher so rechts von der Brücke. Auch. Also davon mal abgesehen, dass da unten noch mega viele Seelen sind. Ah. Guck mal, hier ist doch... Aber das ist sehr... Das ist sehr tief. Geht so, ne? Ich glaube, ich muss mal kurz meinen Monitor wieder da machen. So in den Mittagsstunden. War sehr hell draußen. Was soll denn das? Okay, es hilft nicht viel, aber... Wir können ja ahnen, dass da ein Vorsprung ist. Ich könnte natürlich auch... Naja, wo möchte ich das denn? Über die Brücke gehen und die Skelette töten, die da alle kommen. Ich weiß nur nicht, ob ich das schaffe und dann vielleicht sie zu Hause sehe. Schade. Das war doch ein bisschen zu tief. Hä? War ich jetzt nur schlecht ausgerüstet oder habe ich noch einen Vorsprung übersehen? Es sah nicht so weit aus, ne? Es sah so aus, als hätten jetzt nur so zwei Zentimeter gefehlt. Dass ich nicht sterbe. Aber ich bin auch voll... Ich habe auch meinen HP-Ring an. Kann ich jetzt dafür eine Ember verschwenden, dass das eventuell doch nicht klappt. Was ist denn hier? Geht das auch noch zu dem... Ne, das ist nicht zu Ende. Oder noch tiefer, glaube ich. Falls es überhaupt einen... überhaupt als Vorsprung angesehen wird. Ich gucke mir das nochmal von der Seite aus an. Michael! Wie geht's dir mit deiner neuen Switch? Doch, Canon und... Warte. Sorry. Okay, der hat kurz ein bisschen down von mir. War aber sehr lustig. Also da von der Seite brauche ich es ja nicht zu probieren. Das ist ja... zu weit. Aber es geht auch nur noch abwärts. Och man, ich will da jetzt hin! Habe ich denn... Wenn ich eine bessere Rüstung habe, kriege ich dann weniger Schaden beim... Allen? Bei den Suchtdienst. Oh nein. Wann ist eigentlich deine Deadline, Kel? Habe ich schon mal gefragt. Oder hatte ich dich das neulich schon mal gefragt? Ich habe ja leider noch nicht... ähm... sanftes Landen oder so. Achso, ne. Lowering Equip Load increases the Tag. Warte mal alles lesen. Ähm... Denk... Tch... Moist Attacks? Ne. Nein, das bringt mir alles nichts. Das ist immer abzüglich... wenn's... Jetzt ist gerade die Rübenpreise in Dark Souls. Müssen wir gleich mal gucken, wie teuer die Rübenpreise sind. Pff... Ah, ne, das... Seit wann haben wir den Ring eigentlich? Der kommt mir so unbekannt vor. Vielleicht habe ich den einfach sofort ausgeblendet, weil wir... zu viel mit FP machen. Noch nicht. Wir sind ja am Sparen auf unseren... Retunement-Slot. Die Frage ist... Das habe ich übrigens nie verstanden. Also, abgesehen von der Grundsatzfrage... Bin ich eh... Ab einer bestimmten Höhe einfach tot. Unabhängig von meinem... Equipment. Und... Darauf folgend... Kriege ich mehr Schaden... Wenn ich eine... Schwere Rüstung habe. Weil ich dann... Mit mehr Kraft falle. Anstatt die mehr... Äh... Physischen... Äh... Absorption... Zu nutzen. Man sollte deswegen eine leichtere Rüstung... Die zum Beispiel gar keine Rüstung anziehen. Das sind jetzt zwei... Physikfragen am Morgen. Genau. Das ist der Einstiegstest, um den... Den Stream gucken zu dürfen. Ihr dürft mir aber alternativ auch gerne die Rühpreise in Dark Souls sagen. Ne, sowas Katzenmäßiges habe ich nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es das auch in Rüstungsformen gibt. Warte mal, die ist zum Beispiel 7,3 schwer. Ich meine, ich kann mich ja testweise mal ausziehen. Also im Spiel. Da werden wir uns nicht falsch verstehen. Ähm... Ihr merkt euch, was ich anhatte, ne? Unser schönes Brautkleid ist einfach. Hard Leather Gauntlets. Von Triff und Lothric. Reichen wir kurz auf oder kriegen wir das hin? Ich habe Angst, dass wir es nicht hinkriegen. Lothric. Von Tiff. Hard Leather. Das ist wie so ein Geheimcode. Den müssen wir irgendwo sagen und dann kommen wir in so eine geheime Tür. Antik. Genau, jeder im Chat merkt sich einen Teil. Das finde ich gut. Aber ihr könnt mir mein Schild merken. Wobei, das kriege ich, glaube ich, hin. Dragon Quest Shield und Follow Slayer Quaged Sword. Das sollten wir eigentlich. Hex. Gut. Sollte ich das Schwert lieber noch... Ne, komm. Ich will jetzt nicht da unten stehen und es lag dann nur am Schwert, dass wir dann doch gestorben sind. Gut. Oh, jetzt ist aber so ein bisschen Tomb Rider mäßig. Sollte ich den Bogen auch noch ausziehen? Oh, ich habe Angst, dass ich die falsche Taste drücke und dann einfach in den Abgrund springe. Der wiegt drei. Naja. Auf die Ringe? Auf die Ringe scheißen wir jetzt mal. Ich habe keine Lust, mir die auch noch zu packen. Nachdem ich sie mir aufgeschrieben habe. Sexy. Sexy Hexy. Sexy Hex. Ich habe Angst. Versuche ein bisschen weiter rechts zu landen, weil da, glaube ich, ein bisschen höher war. Schade. Sieht aber mehr nach Tomb Inhalt als nach Tomb Raider aus. Das stimmt. Oder, äh, Tomb Raider in real life. Tja. Das war ja wohl mal nix. Entschuldigung. Okay. Dann. Zweite und letzte Möglichkeit. Wir nehmen die beste Rüstung. Oh, das ist sogar unser Luftwirkhelm. Also, ich weiß, der wäre noch größer, aber das bringt halt nix, weil ich da HP verliere. So, let's get physical. Ach ja, ich könnte ja wieder sortieren. Fällt mir gerade auf. Aber ich muss auch schon wieder in Lothric klicken. Okay, ich glaube, wir nehmen einfach komplett das Lothric-Set. Mal einen weiter, der dann noch höher ist. 8,8. 8,8. Hey, wir sind diese eine Gegner aus dem Spiel. Ich hab noch nicht mal Fat Roll, aber ich hab auch noch keine Waffe, muss man gestehen. Äh, hast du meine Empfehlung gelesen? Achso, ich würde empfehlen, das Areal zu erkunden. Ich glaube, dann löst sich das. Ich kann mich nicht hundert Prozent erinnern. Hm. Aber wir haben doch... Da muss ich doch da eher drüben. Ich bin doch der Meinung, wir haben alle sehr erkunden. Ich versuch's jetzt sowieso ja nur noch einmal und dann wäre ich wahrscheinlich eh dabei, mich noch irgendwo anders. Ja! Keine Chance. Ähm, es muss gerade sehr lustig sein aus dem Blickwinkel von dem Skelett, was die ganze Zeit da hinten an der Brücke steht. Rechts. Und es kommt die ganze Zeit immer so eine Person mit anderer Kleidung und fällt wieder da runter und stirbt. Und dann kommt wieder jemand mit einer anderen Kleidung und fällt wieder runter und stirbt. Äh, ja, ja, das war nix. Satz mit X. Das war X-Man. Äh, warte mal, wo ist das Schwert jetzt hin? Hier. Dann hatten wir ein Dragon Quest Shield. Das wird meinen Freund freuen. Er mag nämlich Dragon Quest. Wir hatten, na, was hatten wir denn? Wer hat es sich gemerkt? Genau. Den Pontiff. Und dann hatten wir, na, wer weiß es noch. So hatten wir die eigentlich an wegen dem Gewicht. Das sind halt die niedrigsten Handschuhe überhaupt. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob das so richtig ist. So, und was hatten wir für ein Gewand? Weil 61,5 ist ja noch ganz... Oh, ich hab den Bogen vergessen. Gut, dass euch das aufgefallen ist. Du magst Dragon Quest Monsters. Na gut. Also alle Gegner, die ein Dragon Quest Shield haben. Hab verstanden. Ähm, was suche ich? Den Bogen suche ich. 67 haben wir nämlich jetzt. 67 hatten wir? Krass. Da waren wir ja ganz schön fett. Dann behalten wir doch die Lederhandschuhe vielleicht einfach an. Okay. Äh, I take the souls. And I will go on the bridge. Weil mein Plan ist... Eigentlich können da ja gar nicht so viele Skelette hintereinander drüber gehen. Und hier hab ich schön viel Platz, um nach hinten zu gehen. Mein Schatz sagt, ich soll mich hier noch weiter umschauen. Naja, ich verbute eher auf der anderen Seite, weil ich hier gerade keinen... keinen Eingang finde. Blöd wär jetzt nur, wenn die Seelen... Ne, ich glaub nicht, dass die Seelen... Alter. Das ist eine sehr fiese Geräuschkulisse. Brechen wir denn alle zusammen... ein, wenn die jetzt hier auf die... Oh man. Wuhu! Ach, es war irgendwie so klar. Naja. Wir haben jetzt nur nicht so viel gesehen von dem Spe... Die Antwort ist ja. Wir haben hier nicht so viel gesehen von dem Spektakel leider. Und wahrscheinlich sind meine Seelen jetzt auf der anderen Seite, richtig? Und wahrscheinlich schaffe ich es jetzt... Ach nein, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich schaffe ich es noch, ähm... zu sterben. Tja. Da kam ich aber auch nicht wieder zurück. Also muss ich eigentlich ans andere Bonfire wieder. Also ich meine, ich könnte auch darüber... Es sieht schon aus, als würde es da noch weitergehen, aber... Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ähm... Ja... Ich glaube ich komme lieber von der anderen Seite. Ich gucke noch einmal hier, weil... Vielleicht... muss man ja auch einfach hier... weiter. Keinen lustigen Geheimgang. Raus. Ich will jetzt auch nicht da alles kaputt machen. Mal checken, ob ich doch noch... Ich will dieses Item haben, was wir da verpasst haben beim Endboss. Okay. Dann noch einmal in die Katakom. Die ist übrigens jetzt beim Gucken vom... ... Let's Play. Wir gucken das da immer ein bisschen nach, sozusagen, was ich schon gespielt habe. Und da habe ich jetzt gemerkt, dass ich, ähm... Dass ich auch einen Weg übersehen habe noch, wo auch noch so ein Funkeltitanit... äh... Crystal Lizard ist. Ähm... Aber das werde ich jetzt nicht nachholen, weil das... Hab ich halt einfach vergessen, weil ich dumm bin. Dann ist das leider so. Hatte sie... Konnte sich jetzt jemand erinnern mit dem Crystal Lizard am zweiten Bonfire? Weil ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall nicht hier... ... die Area, oder? Weil das hier... Das hier wäre ja das zweite Bonfire eigentlich. Und hier ist ja kein Crystal Lizard mehr. Aha! Ich seh dich! Ich habe jetzt grad die Ratte so... Hier. Also kommt leider nicht vorbei. Ah doch! Da ist sie. Stirbt einen elendigen Tod. Gut. Was haben wir denn noch für ein Crystal, diese Art Verpust? Oh nein, habe ich jetzt wieder die Fette getriggert? Die hat irgendwie kurz gewackelt in der Ecke. Aber es kommt nichts. Ich weiß immer nicht, ob ich die Geräusche mache oder die Gegner. Ich darf diese Person nicht nennen, weil es gibt gewisse Leute, die Bingo spielen. Und wenn ich diese Person benenne, dann bekommen sie Bingo-Punkte. Okay, ich würde die Brücke aber als Weg einfach mal ausschließen, ja? Oder ist der Trick, dass ich auf der anderen Seite von der Brücke runterfalle und dann lande? Aber es wäre ja die gleiche Höhe. Es wird ja... ...nicht viel Unterschied machen. Schön backstabt. Ah, fast. Wuhu! Der macht ein super komisches Geräusch, wenn man den haut. Er chillt seinen Fuß auf einer, äh... Spitze. Warte. Ah, meine Hand ist gestorben! Ahhhh! Ich bin, äh... verfressen. Von Maden. Okay. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Aber ich bin der Meinung, hier gab's... ...keinen Weg. Außerdem ist hier jemand tot. Und hier ist ein Blutfleck. Ich seh da nix. Ah. Guri jetzt schon nun sagt, bin ich schon... ... bin ich schon nicht abgeneigt, mich auf der anderen Seite... ... die Brücke runterfallen zu lassen. Aber dann müsste ich ja quasi einmal da hinlaufen. Naja, wobei ich kann jetzt auch von der anderen Seite aus... ... die alle triggern und dann bis auf diese Hälfte laufen. Guck mal hier in den Gang... ...ich werde ich mal kurz... ... die hab ich grad gar nicht... Lass unsere Fackel mal, ähm, brauchen. Vielleicht ist es auch ein Lichträtsel, wie bei Feldern. Ich bin ja schon hier oft draußen. Ich dachte gerade, das wäre doch da, wo der Kristalldizzard war. Nein! Schlecht! Mann! Jetzt mach mich nicht kalt! Quatsch! Nein, nicht hier reinrollen! Wertebra-Shackle! Aha! Das ist doch endlich mal dieses Item, was wir bei dem einen Covenant abgeben mussten. Zu dem ich jetzt aber nicht zurückgehe. Ah ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier aber keinen einzigen verlorenen Frame. Das würde mich wundern, wenn das jetzt von meiner Seite gewesen wäre. Okay, aber es wäre jetzt komisch, wenn ich hier noch... Also hier dürfte es noch... ... noch ein anderer Geheimgang sein. Den hatten wir ja schon gefunden. Aber das war auch weiter oben. Ich weiß nicht, wie viele Seelen wir brauchen für ein Level Up. Bestimmt schon 14.000, oder? Oder muss ich vielleicht doch in den... ... da lang, wo ich eigentlich verpasst habe, lang zu gehen? Aber das ist auch eigentlich zu weit weg. Da ist auch schon wieder ein Battle-Brush-Shackle. Der shacklet sich ein! Nein? Weiter? Okay. Shackle that pussy! Wäre cool, wenn es hier so hohwindig wäre, dass meine Fackel einfach ausgehen würde. Da kam ich her? Da kam ich her. Shrine? Ein Schalter, den ich... Auch. Hm. Andere Frage ist jetzt, wenn ich jetzt von hier der Seite... ...da draufgehe. Schon mit dem Schlitzsch. Und dann doch sterbe. Sie liegen meine Seelen ja wieder hier. Die Frage liegen sie dann so weit da dran? Dass ich wieder gegen alle Skelette kämpfen muss. Oder kann ich sie entspannt wieder abholen? Fragen über Fragen. Ja, auch schon. Und da bin ich auch schon runtergefahren. Ja, mir fällt jetzt auch nichts besseres ein... ...dass da rüber zu laufen. Hm. Richtig jung. Okay, warum ist hier nur so halb abgebrochen beim ersten Mal? Oh nein! Oh nein! Ich muss da bestimmt dann irgendwo hinrollen. Ich gehe lieber über das andere Feuer? Ja, ich will ja auch meine Seelen holen. Aber ich könnte rüberlaufen und die Seelen holen. Vielleicht ist es auch nicht so kompliziert. Och Mann! Warum bin ich zu dumm? Aber es sah jetzt auch auf der einen Seite so aus, als sollte ich da eher... ...als sollte ich da eher runter, weil da war auch so ein Item. Wieso sehe ich jetzt nicht, wo ich lang muss? Vor allen Dingen wollte ich das doch nach ganz kurz machen. Ähm. Bevor wir eigentlich im anderen Gebiet bleiben. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Eine krasse... Ein krasser Hall. Halalalala. Hab ich jetzt doch auch runtergeguckt und hier war nix, oder? Ob ich mich verguckt. Da rechts kann ich auch nicht. Da gucken. Da gucken. Ich komme ja auch gar nicht durch. Vor allem. Ich komme ja auch von der Brücke auch nicht runter, ne? Wenn ich dann, ähm... Also selbst wenn sie so leicht absackt. Kann ich nur ein bisschen zu weit... ...leben? Wölftausend Seelen, ey. Wölftausend Seelen, ey. Okay, ich habe jetzt noch eine letzte Vermutung. Eine... eine Vermutung versuche ich noch. Es könnte natürlich auch sein, dass ich die Brücke so trigger... ...dass sie... ...aufgeht... ...und ich aber dann nicht mehr auf der Brücke stehe... ...dass ich quasi... ...an der Brücke herunterklettern könnte. Wie findet ihr das denn? Aber das wäre auch schon wieder kompliziert, oder? Wenn ihr sagt, es ist nicht so... ...das geht. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall so machen, aber... ...die Frage ist halt nur... ...ja gut, eigentlich macht es ja nur Sinn auf der anderen Seite, ne? Wenn die klettert... ...die sich zumindest einfach... Okay... ...und let's... Let's trigger all the Skellots... ...and watch them die. Egal, die auch rechts lang laufen. It's funny. Okay, they don't die. Okay, jetzt... Warum sind das auch so viele rübergekommen? Okay, that was fun. Descent. Ah, Gott sei Dank bin ich noch draufgekommen. Ähm... Frage ist jetzt nur... Jetzt hätten wir ja genügend zählt... ...um aufzuleveln. Dann müssen wir den Spaß aber wahrscheinlich nochmal machen, ne? Naja... Bei einem geschenkten Level schaut man nicht ins Maul. Ähm... Und ich wollte... Was wollte ich? Wollte ich mehr Stamina holen? Ja, ne? Oder hatten wir schon mehr Stamina geholt? Wisst ihr das noch? Ich weiß nur, dass wir den Attunement... Attunement einmal gelevelt hatten? Uh! Habt ihr auch gesehen, oder? Nope! Wie sind denn die Rübenpreise? Tausend! Ich hab jetzt nur nix... Ich hab jetzt keine Rüben gekauft, leider. Zum Verkauf. Pfff... Pfff... Oh! Ashen! Das kann ich gerade beleidigt. Ohhhh... NEIN! 610 Seelen fehlen! Dann brauchen wir... Einmal jeden Kleinen, oder? Ach... Zu krass... Den Kleinen... Den Socken drin, ne? Na, jetzt will ich es aber... Werden sie langsam ein bisschen rar hier, meine Seelen. Noch 6 Stück pro... Pro Seelenklasse. Danke. Ignorishment. Stamina wäre dann... Ah nein, Endurance hatten wir schon gelevelt. Das erinnere ich mich gerade. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir Equip Load auch ein bisschen leveln. Oder sollen wir lieber die Waffe nochmal... Tja... Was wäre denn eigentlich... Nein, wir haben aber noch keinen neuen End-Human-Slot, wenn wir das leveln. Das... Ja, assi. Ein bisschen mehr Health. Dann haben wir gerade nur den Health-Ring an. Das heißt, theoretisch könnten wir... zur Not den Health-Ring auch nochmal ausziehen, wenn wir irgendwie was anderes brauchen. Das wäre doch eigentlich auch ganz gut, oder? Außerdem haben wir hier noch ein bisschen Frost-Verstärkung. Na komm. Ich meine, ja, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt den Ringen anhaben und... ...dafür, dass wir schon so ein großes Level haben, nicht so viel HP gefühlt. Aber vielleicht wird das hier auch ein bisschen anders... anders verteilt. Gut. Also können wir endlich hinabsteigen in die Tiefe. Nachdem wir dieses Rätsel gelöst haben. Aber gut, dass ich da jetzt noch ein bisschen rumprobiert habe. Also, ähm... Dass ihr mich hier noch ein bisschen motiviert habt, weil vielleicht... ...hätte ich selber nach dem dritten Tod einfach aufgegeben. Steht denn hier was? Attacking your head at then time for down. Ach man. Ich bin so froh, dass ich... ...dass ich nicht so viele Spoiler lesen mag. Guck. Oh? Yes. Oh, jetzt geht's schneller. Ach so, ne, ich ist nur einmal... ...ja, erst einmal, aber... ...trotzdem ist sie, glaub ich, weniger angekommen als eben. Was mit den anderen sind die auch schon runtergefallen? Ne, die gehen da langsam zurück. Das soll mich nicht stören. ...by sword. Aber ganz haargenau ist die Brücke hier, äh... ...auseinander geplüdert. Zufall. Okay, das sieht schon wieder viel aus. Aber beim großen Lord waren wir ja jetzt schon. Heißt, es darf uns ja jetzt eigentlich nichts... ...böseres mehr erwarten. Alles klar. ...kuckuck. ...Uch nöööööööö... ...ich wollte eigentlich, äh, mich nicht hier in die Enge... Oh. lol what the fuck was passiert da gerade hat der die kiste hat der die kiste geschwinkert oh jetzt kommt er hier hoch das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht ich wollte dann der drop attack machen aber er lässt nicht, er hat auch gerade keine lust mehr weil er... au weil er zurück geht er macht einfach alles platt au die kämpfen auch gegen den jetzt mal kurz ein bisschen stamina... recover'n oh oh zu früh oh guck guck oh wir haben noch ne soul of the team mitbekommen backblade ja bin ich blade oder wat das war aus der kiste ne wahrscheinlich ich habe nicht genügend mana drohe san ja bei dem bin ich wirklich experte den habe ich ja schon oft genug gemacht den einen äh backblade 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 auch ein katana ein na gut das hätte würden wir plus drei bisschen schwerer wahrscheinlich auch ein bisschen besser weil man braucht ein bisschen stärker aber ich habe nicht so bock auf katana muss ich gestehen flyer ahead no monster ahead okay das ist aber auch schon wieder ein ziemlich großer raum unter dem großen raum da kommt doch bestimmt irgendwie so ne skeletthorde auf einen zu wenn man da runter geht noch irgendeine Tür versteckt ist sieht hier immer so einladend aus als wäre alles kleine versteckte Türen dann immer genau die letzte die man dann nicht schlägt die um an der decke ist schon mal nichts ich könnte eine drop attack machen wenn ich die anderen 1 2 3 4 5 die skelette erstmal ignoriere okay das ist aber ich dachte hier wäre noch so ein hoher raum unten drunter das ist nicht so groß dass hier noch ein mega monster vieh durch käme immer hin und her laufen bist du schon wieder aufgestanden ne was sagen das ist doch hier der Türen eigentlich so eher rechts nochmal die anderen zwei sind tot das ist aber doch bestimmt ein toter einfach ganz langsam dann dann stehen nicht so viele auf da kommt schon der nächste bitte falls man sich hier einen zentimeter bewegt da kommt schon auf da kommen so schöne Türen und so und so und 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 Ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn die Tür aufgeht? Oh! Das sah aber lustig aus. Weil die Kamera glotzt. Ja, die schon, nein. Vielleicht so, äh, seine Waffe ist kaputt. Nö. Pogelette sagen nö. Na gut. Dann muss ich wohl diese Tür hier nehmen. Ganz unkontroll. Äh. Das sieht aus wie lauter tote Lego-Männchen. Kleine Lego-Männchen-Köpfe. Da braucht wieder so ein Ball. Ein Tor. Ein Feuer. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es hier noch so weit geht. Wohnfeuer lit. Mann. Eine. Bitte eine Geheimtür. Lieb. Ein ganzer Effort. Item ohne Bewachung. Ich tippe wirklich auf Skelett-Ball, weil wir ja noch keinen Hut angesehen haben. Aber das sah interessant aus. Wir haben, äh, offensichtlich einen Ring gefunden. Wo ist er? Geheimtür. Geheimtür. Greatly boosted Pyromancy. Hm. Could be interesting. Hat uns der jetzt eigentlich schon was gebracht? Ich habe bisher gar nicht so drauf geachtet mit dem Heal. Ich frage, wenn der jetzt eh nicht so viel heilt. Vielleicht auch den Shrink nehmen. Und da war noch irgendwas. Was war das andere? Chat? Seht ihr eigentlich die Vacations hier bei Steam? Ne, ne? Ihr seht das Game. Ah, wer weiß es noch, was wir gelootet haben. Ist das ein Zauber? Nein. Was war es denn? Das war auch nicht. Das Group Item. Das Group Item. Äh, ne hier, die Blindfold war das. Die EU. 10.000 Punkte abgezogen, Darkrip. Ähm, ja. Die Kürze ist schlecht. Tire of pyromancers of the great swamp, particularly favored by old sages. The large blindfold blocks out an unnecessary light, allowing one to observe a pyromancers true ascents. The flame reveals all and obscures all. 10.000 Sternis. Ähm, okay. Boah, würde ich eigentlich gern mal ausprobieren, aber jetzt nicht hier im neuen Gebiet. Jetzt können wir uns vielleicht mal merken, ähm, dass wir das am anderen Feuer mal ausprobieren, weil es klingt so. Also einerseits klingt so, als könnte man unbemerkt irgendwie wo durchgehen. Andererseits klingt so, als würde man selber auch keine Gegner mehr sehen. Oder man sieht halt die Leute, die halt auch pyromancy können, nochmal irgendwie anders. Aber am Ende ist es wahrscheinlich nur eine... ein Lappen, den man sich übers Gesicht tut. Und ich bin hier wieder viel zu viel am... maßen. Ohlala. Hier ein langer Gang... in den Berg hinein. Ich glaub, ich bin jetzt... unten... am Huse... der Hülle! Hilfe! Ein Geräusch! Hey! Fabian, was geht's? Geht's? Alter. Äh, ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Was war das denn hier für... alter Schwede, was waren das für Geräusche? Äh, Frage... Ich hab jetzt schon wieder 10.000 Seelen. Da fehlen wieder nur 5.000. Entweder einmal nochmal die Bucke zum Einsturz bringen, oder ähm... Ich nehm noch so eine 5.000er Seele. Ach komm, was fang ich denn jetzt an hier mit dem ganzen Seel nehmen? Das ist überhaupt nicht... mach ich doch sonst nicht. Das ist schon mal gut, Luke, dass du, äh, noch lebst. Das freut mich sehr. Mhm, mhm, mhm. Was war das? Hallo? Was passiert hier? Ich wollt nur kurz... Da wirft irgendjemand was. Oh, da hab ich richtig Bock drauf. Aber ein Bossfight ist sinnlos. Würde der ja jetzt nicht schon attackieren. Ich würde eigentlich nur sagen, dass wir gerade im Homeoffice sind. Okay, es ist immer 3 mal. Recht in der Annahme, dass ich hier nicht... Innen ist es aber ein... Fockgate. What the Fockgate? Ist das hier? Ne, ist das Wasser. Okay. Alright. Ich wollt doch nur gucken, was das ist. Üben größer als Seelen. Oh, Buddy ist auch da. Hi, Buddy. Spielt ihr gerade Animal Crossing? Ich sehe nichts. Ich will doch nur wissen, was das, äh, erzeugt. Frage. Äh, laufen wir jetzt einfach darüber zum Fockgate. Ich könnte zumindest hinter den Baum laufen, fällt mir grad auf. Ich wollt grad sagen, es klingt so, als würde es sich bewegen. Oh Gott, ich hab so Angst! Was ist das? Äh... Macht er was? Der noch nicht. Ich mach ihm nichts, deswegen macht er mir nichts. Hi, David! Happy Dragons. Sieht aus, als ob der irgendwie Feuer sammelt. Aber... Aaaaah! Okay. Es kommt irgendwie von da oben. Alter, wo bin ich hier gelandet, ey? Ich sehe nicht, was da schießt. Die Frage ist... Komme ich dann dem Vieh vorbei? Ich versuch mal hier im Schatten von dem Baum zu bleiben. Okay, es blitzt. What? Ich glaub, das Spiel will nicht, dass ich hier bin. Oh, fuck. Komme ich denn da rechts vorbei? Ich würde natürlich versuchen, ich lauf einmal hierüber. Natürlich das Item mit. Tschau! Au! Nicht beim Boss. Ich länge gerade nur rum. Sagt nur jemand, Seelen größer wüben. Aber ich finde Animal Crossing besser. Na gut. Ich will mal gucken, ob es da hinten was gibt, hinter diesem Baum. Vielleicht kommt man da auch noch weiter. Muss das nur... Scheint es nicht weiter zu gehen. Ne. Aber vielleicht könnte ich von hier... Oh, er schießt. Da schießt der. Ist der Wurm noch da? Wo bin ich denn jetzt? Warum ist der Wurm nicht mehr da? Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Nein, da komm ich gar nicht hinter. Scheiße. 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 Mhm. Nimm das. Oh oh. Die ist moving. Hilfe! Kann ich mich hier verstecken? Okay, ich spiel jetzt Wii... Wuuuh! Das ist nice. Ich spiel jetzt Wii Sports. Und dann mal viel Erfolg. Heiß gemacht, dass sein Röcklein webt, wenn der dicke Wurm darauf waldert. Äh... Joa, ich würd sagen, ich verweile eh mal kurz. He's dying. Lightning Steak. Undead Bone Shard. Nice. Und 16.000 Seelen. Bin mir unsicher, ob ich da reingehen sollte. Schon ein bisschen bossig aus. Und... Ich weiß auch gar nicht, ob ich's schaffe, jetzt da vorbeizulaufen. Außerdem muss ich ja dann schon wieder vorbeilaufen. Aber eigentlich hat's ganz gut geklappt, ne? Da kommt man da hinten auch noch. Schaffe ich das Wind? Da ist auch noch ein Eingang. Nimm doch das Item. Meine Güte. Boah, da ist auch noch ein Feuer. Nice. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber nice. Ohhhh. Alter, das war zu aufregend gerade. Viel zu aufregend. Erstmal was trinken. Leute, ihr müsst auch viel trinken. Ah. Wir haben gerade einen riesen Wurm kaputt gemacht. Kaputt machen lassen. Demon Ruins haben wir inzwischen erreicht, nachdem wir im Abandoned Tomb waren. Da hatten wir hier jetzt noch ein paar... Äh, irgendwas nicht... Ach, ne. Ich weiß nicht, wie viele Embers hier aktiv sind. Gut. Ich würde sagen, wir machen einen Offertunement, oder? Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass ich alles andere noch mal 10 skillen sollte, wenn ich gerade hier in so eine Area bin, wo alles richtig, richtig krass ist. Ich würde mal kurz gucken, haben wir eigentlich, ähm, 65 Titanite Shards. Äh, Titanite Scale haben wir leider nur einen. Dann können wir unsere Waffe nicht weiter aufleveln. Wäre es nicht geil, wenn man seine Titanite Shards irgendwie so pressen lassen könnte, dass sie dann... Zum Beispiel, dass 10 Titanite Shards... Ne, das wäre zu viel. Dass 5 Titanite Shards einen Large Titanite Shard ergeben und... 5 Large Titanite Shards einen Titanite Scale. Das fände ich cool. Oh, ich überlege gerade, eigentlich bist du noch... Ne, ach, 1, 6, 2, 7, okay. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, wir wären schon bei 1, 6, 7. Ich gehe jetzt weiter auf Retunement, ich will diesen dritten Slot haben, ey. Ihr könnt hier mich auch nicht ausreden. Oh. Plus 5! Cool. Das ist doch gut jetzt. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Heilung, das heißt, wir können uns wahrscheinlich wieder ganz voll heilen, wenn wir nicht mehr so viel Leben haben. Und, ähm, dürfen auch wieder ein bisschen HP skillen. So. Der hat auch gerade sein Schild hochgenommen, das war ein bisschen lustig. Deswegen hab ich gelacht. Nochmal kurz hier. Oh nein, hier geht's auch noch weiter. Äh. Hier geht's jetzt noch tiefer. Ich guck mir noch mal die Idee an. Also das hier sieht immer noch zehntausendmal besser aus als der See, aber, äh, bevor ich den dann gleich wieder vergesse. Also, wenn ich gerne die Schlange wiederkomme, wahrscheinlich nicht, ne? Ich sollte ja erstmal den Baum treffen, wenn ich nicht informiert bin. Außer dieses Wesen schießt da jetzt genau durch die Bäume durch. Äh. Okay, da sind auf jeden Fall noch zwei Items. Ich glaub, weiter vorne waren auch noch Items. Aber das hier könnte ich bekommen. Da müsste ich eigentlich nur hinter den, ähm, hinter dem Baum wieder laufen. Jetzt ist es ja gerade nicht so schlimm, weil wir haben ja... Puh. Wir planen jetzt damit, dass er hier gegen den Stein schießt. Was braucht er so lange? Warum? Nicht out of reach? Als ob wir noch lange... Schauen wir uns gerade mal an, während das hier so entspannt ist. Der Shield of Want. Brauch ich aber mehr Stärke. 100 physisch auch. Farc Resistance, mehr Civility. Bisschen schwerer. Ein bisschen... Mehr Schutz, aber sehr wenig Fire, äh, Fire-Schutz. Civile. An sich bin ich aber nicht abgeneigt. Außer, dass ich jetzt noch ein bisschen in Stärke leveln müsste. Außerdem einfach nur aus dem Grund, weil wir jetzt schon sehr lange mit dem anderen Schild spielen und... mir eigentlich wünschen würde, auch mal ein bisschen anderes Schild zu benutzen, zur Abwechslung. Weil ich hier, glaube ich, auch so das oder so ein ähnliches auch, weil... Dark Souls... Eins schon hatte. Drei. Drei. Geht's hier rechts auch noch hoch? Aber vielleicht da links von der Treppe noch. Da standen nämlich schon wieder Kerzen. Okay, das heißt... Ja, rechts von... Absatz ist auch noch ein Weitem. Habe ich das eigentlich nicht eingesammelt? Da stand ich doch quasi schon neben. Aua! Okay, da müsste ich aber bis zu dem zweiten... Baum... Baum... Oder ich gehe nochmal... Links... Den Baum. Steine neu. Das war doch ganz gut. Gut. Oh, dann würde ich jetzt einmal zu dem Baum rüber, weil davor auch noch eins war, wenn ich das nicht gesehen habe. Und drei. Geht's hier so ne Wurzel, wo ich nicht kommen kann. Dafür bin ich trotzdem sicher. Das sieht aber eher aus... Also, es ist ne riesige Evelyn offensichtlich. Aber die Frage ist, ob da jemand aktiv schießt. Wo ist es denn? Oh, nein. Shit. Aufstehen! Laufen! War das jetzt was, was ich wollte? Oh, oh. Ich glaube, das ist ne Krabbe. Wir sind immer überall Krabben. Ich glaube, das ist wieder ein Large Titan-Edge-Hard. Ja. Das ist ne Krabbe, aber... Aua! How did this happen? Was war das für so ne Mittelkrabbe? Heißt der Kerzenleuchter, dass ich da rein kann? Hm. Nein, ich glaube, sie ist sehr groß, aber noch sehr weit weg. Ich bin jetzt nach links gelaufen. Das wollte ich vielleicht erst mal dringen. Ja, ich gehe rein. Ich laufe noch ein bisschen, weil ich hab Angst. Oh, Blizzard. Nein. Hilfe. Nein, ist doch einer. Äh. Ah, ja. 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 Krabben sind ganz fies, fast. Sag mal so. Achso, das ist halt der, den wir schon erledigt haben. Ah, jetzt könnte es aber sein, dass wir in den... ...so'n großen Graben kommen. Vielleicht. Scheiße. Nein. Fingen sie zu Spirschi-deun-Tor. Eine schöne Rüstung. Ich höre... ...se... ...froschgeräusche. Hier vielleicht wieder nur ein Bilde. Nein, das ist die Brücke, die ich schon einmal damit verwechselt habe und sie wieder ganz... ...das gefällt mir ganz... ...gar nicht. Bin ich fair? Kann ich nicht... Oh, scheiße. Hä? Äh, ein... ...ein... ...ein PC... ...in Vader-Man. Horace the Hushed. Okay. Okay. Ist okay. Wenn er jetzt nicht noch blöde Sachen auspackt. Schade. Jetzt wollte ich mal cool sein. Er ist nicht so gut im Blocken auf jeden Fall. Er läuft irgendwie... ...er... ...er... ...nach dran. Am Geschehen. Ich kann ihn durch sein Schild backstabben, was ich auch noch nicht wusste. Ich dachte, Schild auf dem Rücken gewahrt ihn immer vor Backstab. Ja. Ich hab was gelernt. Unten. Noch ein Schild. So viele Schilder. Gar nicht. Oben. Ah, 61. Aber gute Magic Defense. Sieht auch ganz nett aus. Oh. Das wollte ich nicht. Haben wir hier eigentlich... Ach ja. Wir haben sogar Squashed Quest Shield noch... ...gelootet. Aber es hat so schlechte Werte hier. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Dark Souls ist. Das ist auch oft 89 nur. Kommt hier jetzt eigentlich noch ein... ...dun desurftes. Hä? Ich will doch nur... War ja gemein. Dun desurftes. Dun desurftes. ...dun desurftes. Large Titanite Charts. Perfekt. Okay. Aber dann haben wir das ja auch mal erledigt. ...die wir immer so gesehen haben von oben. Die ganzen Nachrichten. Tiers. Habe ich mich jetzt besonders gut angestellt oder die anderen besonders schlecht? Hier haben wir nur wieder ein Crystal Lizard leider verpasst. Aber solange ich jetzt keine... Oh Gott im Himmel. Solange ich keinen Funkeltinanit unbedingt brauche. Ich muss nochmal checken. Ich bin ja aus der Richtung. Weiß ich sollte eigentlich diesen Baum... ...schützen. Das ist die Krabbe. Uh, ganz schön knapp. Ganz schön krabb. Warum kann der eigentlich so krass hier runter schießen? Macht keinen Sinn. Sie Embert! Uuhu. Nach komm doch her... Ei! Weh. Doch. Weh. Oh nein, ich bin geblobbelt Ich weiß gar nicht, dass das geht Bin ich bisher noch nie in den Dumpfschall reingelaufen Oh, da machen wir aber nicht viel Schaden, muss ich mal meinen Ich hoffe nur, sie taucht jetzt nicht gleich wieder ab Okay, ich musste sie so krass fischen, weil ich Angst hatte, dass sie wieder wegtaucht Ich dachte, es gibt jetzt ein krasses Ember oder sowas, dafür, dass sie so geleuchtet hat Was ist das für ein Krabbensalat? Oh nein, ach, ich wollte schießen, scheiße Schießen, scheiße Oh, ist doch die vielleicht Oh, hallo, sind das nochmal drei? Ich glaube, hier wird nicht gepuscht Oh oh Äh Auch nicht Ich weiß jetzt noch nicht Gibt's hier denn irgendwas cooles? Hab ich sie am Po erwischt? Das macht sie immer ganz sauer Hat der mich? Ja, er hat mich Da kommt so ein Äckchen Komm, komm ums Äckchen Au Der ist aber sehr auf Todfühlung Was ist mit ihm? Au Den hab ich verdient Krabbhammer Ich hab nicht mehr so viel Estus, leider Scheiße Ich hab nicht mehr so viel Estus, leider Uh So viel gerollt Kann ich den eigentlich Muss ich den da eigentlich von vorne dann Man weiß es nicht Oh, was für ein Gemetzel Okay, das Problem ist jetzt nur Was bringt mir denn das? Ich weiß gar nicht, wo ich hin will Ich darf nochmal hinter den bauen Habe ich denn jetzt alles Alle Items hier sonst? Muss ich auch schreien? Ach, der dreht sich immer Okay Ich mein, wenn es da irgendwie noch Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch langen muss Ich bin verwirrt Und außerdem, was ist mit dem Labelgate, wo wir noch nicht rein? Was ist mit dem Engie? Hast noch keinen davon getitelt Schöne Grüße auch an dich Real Hense Oder Real Hens Ja, bitte keine Spoiler oder Hinweise Nur wenn ich danach frage Ich bin viel zu früh gelaufen Ich bin viel zu früh gelaufen Ist auch nichts Okay, hier ist aber wieder eine Kerze Ah, hier sind aber auch wieder viele Krabben Die Flagge ist Mach ich jetzt so Gironimo-mäßig Laufe ich jetzt da um die Ecke Und scheiße ein bisschen Auf meine 4000 Seelen Okay, die mache ich vielleicht noch Weil sie mich gesehen hat Nein, jetzt tänzeln sie rückwärts aus dem Bild Es sieht aus, als würden die alle Äh Heißer tanzen Okay Es war eine Falle Verdammt Wie viele Krabben haben mich gesehen? Keine Sehr gut Huuu Genau Chaos Jam Ist auch gerade richtiges Chaos hier Äh Nein, das ist keine gute Richtung Au Nope Das wird nix Scheiße Die blöde Kerze hat mich reingelegt Keine Angst, meine Lippen sind versiegelt Wenn du Backstory revisten willst, kannst du auch fragen Andere Sachen, wenn du Dinge vergessen hast, die wichtig wären Ob du das Areal verlässt, darf man dich darauf hinweisen Zu aller Estus-Chart oder an den Charts, etc. Ähm Genau Was nicht gefunden wird von mir, wird nicht gefunden Ich hab nämlich auch Also wir gucken parallel noch ein Ähm Let's Play dazu Wo wir dann auch immer sehen, wo ich quasi vorher war Und da war jetzt auch schon, ähm Ein paar Ecken, die ich halt Einfach nicht gesehen hab Und dann Hab ich die nicht gesehen, leider Ähm Kerze und Krabbe Das Streamteam Genau Äh Tja Lass ich das jetzt erstmal da mit den Krammen? Also 4000 Seelen sind mir glaube ich gerade ein bisschen Quashed Ich würde gerne noch da den Weg entlang laufen Weil Eigentlich würde ich gerne Nach da oben, um die Person, die mich die ganze Zeit abschießt Einfach mal den Hintern zu versohlen Ist nämlich ganz schön frech Ist nämlich ganz schön frech Kann ich denn hier sein? Okay, das ist auch wieder ne rein... Reinwegekerze Das ist doch Ich meine Spir Gemeinspiele ... 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 vorgefahren also was sind dann eher sachen die ich dann vielleicht beim zweiten run was sind das sind für kleine kleine wurscht männer ich glaube das ding in der mitte ist nicht freundlich ja so mini capra demon oh ja stimmt das ist der asylum demon das ist wirklich der capra demon zumindest vom kopf der monithof kapardin reit im hinter scheint was soll schon passieren ich schaue mich hier erstmal um immerhin kann ich es aber wasser und kein gelände so das ist mein fernglas und meinen frostschutz und meine fackel ablegen trinken nicht vergessen aber ich habe kaum noch trinken einen schluck nicht an ach komm das ist doch der von eben nur mit einer fetten waffe au ok wir müssen ein bisschen auf das feuer aufpassen hui die machen nicht so viel schaden wie ich gehofft hatte ok fläche oh ich bin an der wand ich bin an der wand kleiner wurzel dämonen ich meine den schritt au das mag er nicht ja das war ganz wichtig don't ask me why ich häng ein bisschen in seinem schritt fest gerade sehe sehe nichts ich bin doch getrunken keine ahnung also er zieht mir mal genau ein ein eine hälfte ab hä? what? ok ich bin irgendwie in seine in seinen schlag gerollt ok kurz was zu trinken holen das muss ich mir nochmal überlegen ob ich da nochmal reingehe ich habe nämlich so viel wie keinen schaden gemacht kurze pause holt euch auch was zu trinken oder zu snacken gleich wieder da gleich wieder da auch hier das ist Vielen Dank. 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 Mein Freund und Channelmanager, DarkRap, hat übrigens was Lustiges für euch vorbereitet. Das wird er gleich in den Chat posten. Es handelt sich dabei, um ein Trinkspiel, um ein Bingo-Spiel. Wenn der schon länger Dark Souls mit mir guckt, weiß, ich bin ein Wiederholungstäter. Der Gag ist... Ich werde da nicht reingucken. Also ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was auf dieser Bingo-Liste steht. Ich weiß nicht, ob das sehr wahrscheinlich ist. Ich bin ein... 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 Ah nein! What?! Ich war noch nicht mal aufgestanden! Okay. Wir haben ihn dreimal geschlagen. Wir steigern aus! Das letzte mal haben wir ihn nur zweimal geschlagen. Ah, Schatzi kanntest du mir mein Glas holen? Ich habe es nachgefüllt aber in der Küche stehen gelassen. Das das wäre so lieb. Dankeschön. Ja, zum Glück haben wir keinen Todes-Counter. Das wär ja lächerlich. Das wär ja viel zu einfach. Was hast du denn da grad? Der Freund hat grad fünf Nachrichten miteinander bekommen. Hä? Jetzt. Drei. Drei. Schön, dass ich meine Stamina auch immer schön aufbrauchen muss, damit ich jetzt hier reinlaufen kann. Ja, ich hab die Moves, muss ich noch... I have to learn the moves. Au. Dankeschön. Ah, der ist fies. Der auch. Er ist ganz schön schnell für seine alten Tage. Warum verliere ich immer den Fokus? Gut. Viel rollen. Einfach viel rollen. Darauf achten, wenn er seine Kotze macht. Sehr gut. Oh, oh! Alter! Kamera! Krass, wie weit das geht. Ich drück aber auch grade immer zu viel auf das Ding, hab ich so Gefühl. Auf den Lock-Button. Ich glaub so doll, wie ich meinen Stick gerade nach rechts drücke, dass ich vorbeikomme, ist, äh... Das tut ihm nicht gut. Ohhhh, boi! He's burning! What is he doing? Oh, oh! Okay, wenn er das die ganze Zeit macht, super! Keine Ahnung, was das war. Dann bin ich vorbeigerollt. Scheiße! Uhulululu! Okay, er macht... Scheiße. Er macht den gleichen Move, aber... Bisschen stärker. Ja, so. Fatsch! Ich komm nicht weg. Ja, genau. Oh. Why not? Nochmal. Ne, das ist ein Feuerkreis. Shit. Das ist ein Feuerkreis. Ah nein! Ah, das ist ein Feuerzauber. Ja, tschau. Nein! Leise! Geht das für deine Feuerzauber? Leave me alone! Da... bleibe ich lieber erstmal auf Abstand. Ah, lauf ich lieber erstmal ran. Scheiße! Eine Sekunde zu spät. Letztes Flask. Scheiße! Scheiße! Ich sehe mehr nix. Scheiße! Das war zu greedy! Ich... Ich hab sofort weggegoelt. Scheiße! Scheiße! Das war greedy! Tricky! Oha! Sechs Kreuzer, schicken schon. Ich glaub, da müssen wir aber das Bingo nochmal überarbeiten. Cool. Hey, war nicht so schlecht dafür, dass ich die ersten zwei Versuche immer jetzt nur zwei und drei Schläge hinbekommen habe. Ich meine, ich habe null Flasks. Aber nice. Jetzt sieben. Hä? Ich frage mich echt, was das so ist. Ich mache mich selber klein oder so. Keine Ahnung. So. Go Anki. Ich hoffe, das soll nicht heißen, dass ich mehr Sachen sage oder mache, die auf dem Bingo stehen. Sondern, dass ich den hinkriege. Nachher verstirbt sie absichtlich. Naja. Oh man. Cool. Ich freue mich gerade sehr. Und da ist noch Bonfire. Perfekt. Und unsere Seelen liegen noch dahin. Jetzt mal kurz hin. Erstmal anmachen. Seelen holen. Oh, jetzt ist der Raum hier offen. Dass der Typ jetzt hier noch eins schießt. Okay. Ich hatte null Seelen. Egal. Ich hoffe nochmal kurz hin und her, um zu gucken, ob sich jetzt noch etwas eröffnet hat. Oder doch noch ein Item. Anki fragt sich, was für Bingo verwendet werden. Das ist sehr gut. Bingo. Ja, das lief doch ganz gut. Dieser optionale Boss. Ähm, kurz Seelen ausgeben, würde ich sagen. Was? Da könnten wir ja fast ein Level machen und dann noch den, äh, Crystal Sage Hood kaufen. Weil ich will nochmal kurz bei dem, äh, König vorbeigucken, ob der nicht was Gutes verkauft. Aber ein Level machen wir auf jeden. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob ich weiß, wie Bingo richtig funktioniert. Naja, du streichst halt, äh, was ab. Genau, und musst dann eine Reihe, entweder diagonal fünf oder, äh, so fünf. Oder vier. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Begriffe ihr habt. Ähm. Fünf in einer Reihe, genau. Äh, und dann rufst du Bingo. Ähm, und, äh, ja, wahrscheinlich hast du es jetzt mit so einem Tool gemacht, wo das dann quasi random ist, sodass jeder einfach eine andere Reihenfolge hat und dann entsprechend mehr Chancen hat. Oder wie Chancen hat. Ja, wir haben unseren Attunement-Slot. Yippie. Habe ich zwar vor dem Boss gebraucht, aber... Wuhu. That's attune spells. Dann können wir nämlich... Naja, den hätte ich ja auch mal verwenden können, ich Idiot. Habe ich vergessen, dass ich den hab. Ähm. Oh, dann können wir nämlich Characters Beacon einsetzen. Wohl. Bald will jetzt den Feuerball... Macht jetzt hier nicht so viel Sinn in dem Feuerlevel, ne? Dann mach ich, glaub ich, doch mal hier das, ähm, Sweat-Ding. Ich wollte grad speichern, aber das hab ich ja quasi. E-I-N-G-O E-I-N-G-O Und Bingo war sein Name. Aber hast du jetzt schon ein Bingo? Oder, äh, wolltest du den Song singen? Zu ein paar Änderungen erweitern? Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt grad erst mal, äh... Erst mal ein Probe... Probe-Bingo. Ähm... So, ich bin mega geämbert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finde. Wir wollten zu dem Kronenmann. Rechts. Ich hab mich, äh, neulich gefragt. Im Schlaf. Äh, hier standen ja die Dudes, die uns erzählt haben, ja... Opa hat uns erzählt, dass der eigentliche Boss in, äh, Irisil ist. Und dann dachte ich, ah, vielleicht kann mir da auch, äh, unser neuer Zuschauer helfen. Ähm... Dann dachte ich, da war ja, als wir über die Brücke gegangen sind, also wir sind erst beim zweiten Feuer, nach dem Brunnen da. Also, dass du jetzt nicht zu viel sagst. Äh, und dann dachte ich, da war ja dieser Wobble... Wobble-Fog, durch den wir durchgegangen sind. Durften wir da durch, weil wir diese Puppe haben? Also gibt's da quasi einen Stopp? Der sagt, nope, du musst jetzt erst die Kathedrale machen und die Deacons besiegen, um die Puppe zu bekommen, um hier überhaupt reinzudürfen. Das hatte ich mich gefragt. Oder warum da überhaupt dieser Wobble-Wobble ist. Aber vielleicht erklärt sich das auch, wenn wir noch weiter reingehen in das Gebiet. Actually, yes? Äh, uuuhh... Chaos that wastageous... Chaos flame that scorches vicinity... Es sind wieder so viele Worte, die ich nicht verstehe. Aber es braucht auch zwei Slots und 20 Buch. Aber es sieht geil aus. Oh, ich liebe Feuer. Ich liebe es, Feuer zu machen. Ich spew a boulder from one's mouth. Geht. Was war das denn? Achso, High Lord Volnir war das. Stimmt. Ach ja, okay. Und hier können wir das jetzt machen, wegen dem Stray Demon. Also wegen dem Zwischendämon, die wir da waren. Das wollte ich nämlich gucken, ob sich hier jetzt durch den Demon... Okay, ist das nochmal ein Unterschied gewesen? Stray Demon? Schon. Haa, Harvels Ring! Uuuh, Harvels Regen! Harvels Ring wäre ja schon mal eine coole Investition. Old King's Great Hammer. Oh, 30 Stärke, 180. Olden Perseverance. Als super Attack. Oh, wenn er nicht so hässlich wäre. Er hat mega gute Werte. Aber ich, ähm... mag das Design. Ich stehe nicht so auf Hammer. Also auf solche Hammer. Das ist ja mehr so eine fette Keule. Panzer Incoming. Ja, ich gucke jetzt... Achso, nee. Wieso will ich immer auf die Einzeldinger? Um zu gucken, was es noch gibt. Das hieß einfach, alle Items. Ähm. Beantwortet doch schon meine Frage, ob hier noch mehr verfügbar ist. Ähm. So. Wollniers Holy Stored war ja auch noch ganz recht interessant. Da bräuchten wir noch mehr... Faith? Zwölf Faith haben wir, ne? Da bräuchten wir quasi nur noch einen. Aber der sieht zu kurz aus. Aber es ist halt... Es ist ein Greatsword. Also eigentlich müsste es doch... Doch groß sein. Breath of Gold. Wie schwer ist das? 7,5. Aber es kommt ja nichts mehr dazu, was wir noch mit der Seele machen können, ne? Es ist ja entweder nur der... Der Serpent, ähm, Angriff oder die Waffe. Problem ist nur, können wir dann wieder nicht aufleveln. Also wir haben dann jetzt schon zwei Level in unsere Greatsword geparkt. Wir haben jetzt leider kein... Also ein Scale hätten wir noch, um es zu verbessern. Aber dann ist erst mal wieder Sense. Das ist 151 minus 60. Aber das ist jetzt nur, weil ich es nicht einsetzen kann, ne? Ich sag mal so, kaufen können wir es ja erst mal. Und ist der Demon und der Stray Demon, sind das... ...eine und dieselbe Person? Ich wundere mich nämlich gerade so. Aber haben wir nicht eine Demon? Die Seele schon verballert. Kriegt man Habels Ring auch sonst so? Ach komm, ich kaufe jetzt Habels Ring. Wenn noch, brauchen wir ihn ja nicht. Wobei, wir könnten uns eine leichte Rolle machen vielleicht. Und ich kaufe das Holy Sword. So. Ich könnte mich nicht daran hindern. Sie ist ähnlich wie sie. Prisodern beide. Kapt, Link, das Feuer. Schauen wir uns kurz das Schwert an. Und sehen dann, dass das total scheiße ist. Ja, es ist natürlich jetzt noch schlecht. Weil ich, äh... ...natürlich noch nicht genug Faith habe. Oh. Oh, könnte... könnte man mitarbeiten? Okay, ich glaube, es ist das gleiche Moveset wie mein Raid Sword gerade. Okay, der ist nice. Weitähnlich ist es nice. Aber, oh oh Gott, wie viel Stamina verbraucht das denn? Oh, krass. Was ist das nur bei dem... ...Doppel? Oh Gott, ey, ist das ein Stamina-Fresser. Oh Gott. Na gut, noch können wir es ja eh nicht verwenden. Er ist ab dem nächsten Level theoretisch. Kann ich gerade noch mal gucken, ob es ein Mindgrade ist. Ja, komm mal. Kann ich zweimal... Das ist wirklich das gleiche Moveset. Eins ist auch ganz nice in, äh... Ich sollte vielleicht doch öfter mal ohne... ...ohne Schild kämpfen. Oder öfter mal wechseln, einfach so zwischendrin. Muss ich mir mal angewöhnen. Ähm, ja. Dann geht's weiter, ähm, bei den Feuer-Dudes. Ich meine, an sich... ...würde ich ja gerne noch mal vorne an die... ...zu den Krabben laufen. Aber ich bin da... Ich hab ja auch da alles gehabt, oder? Ich hab jetzt nix übersehen an Items. Also an Items. Äh, ob's da jetzt noch einen Weg gab, bin ich mir unsicher. Jetzt hätte ich auch gerade mal richtig viel HP, um da hinzukaufen. Aber bei meinem Glück weiß ich auch, dass dann ganz vorne bei dem Krabben noch ein Invader kommt. Ich guck erst mal, was es so schönes gibt. Das ist bestimmt ganz viele schöne Sachen, die ich, äh, die Dark Souls kenne. Und hier war dieses... Und hier war dieses... ...Krötzelfieh. Dessen Bein hoffentlich brennt. Rechts liegt schon wieder so ein Demo. Ich glaub, er noch lebt. Okay, das war ja wohl nix. Oh, da ist noch einer. Was ist das denn für'n riesen Feuerball da hinten? Ist das einfach nur ein Feuerball, der Feuerbälle wirft? Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Er hat auch einfach vier Hände. Das ist unfair. Und ein Rattenschwanz. Oh, Schatz. Oh, was? Holy schmoli. Holy schmoli. Äh. Was ist denn da hin jetzt passiert? Also da muss ich mir aber hier nochmal meinen... ...Schweiß überziehen. Wie schön die Chips-Tüte von meinem Freund gerade knistert. Ganz ruhig. Leg dich erst mal hinten. Ist der Feuerball da? Der ist da hinten. Oder ist noch Feuerball? Oh, der macht noch mehr Feuerbälle. Ist aber nicht gut. Wie besieg ich denn die Feuerbälle? Au. Nein, er hat sie wieder abgelockt. Ah. Ich bin eng hier. Der hat was gedroppt. Hat den als Schaden. Verdammt. Glaube ich nicht. Oh. Die Feuerbälle sind weg. Okay. Wie da unten ist eine. Was stampft da wieder? Gut. Okay. Ich glaube, jeder Dude hat immer so einen Sicherheitsfeuerball. Kann das sein? Aber sobald die sterben, sind die auch weg. Der hat da vorlugt, der Feuerball. Treppe runter. Der gang noch 10 Millionen Jahre weiter. Huh. Was ist das denn? Äh, ist das wieder so ein Wurbel-Schwurbel? Hallo, Herr Wurbel-Schwurbel. Mein Feuer, Wurbel-Schwurbel. Wie alles so emperig. Das war nicht schön, weil ich habe gegen's, äh, genau, Gru hießen die. Äh, gegen's Schild geschlagen, aber... Hat trotzdem gereicht. Oh, nö. Was? Was ist denn nicht so? Ähm. Das ist so lustig, dass, äh, der... ...die Treppe hier so einen Torbogen hat zum Runtergehen. Das finde ich ein schönes architektonisches... ...merkmal. Oh, oh. Hallo. Oh, nein. Das ist so ein Gift, Mann. Wie, wie vergiftet der denn? Hui. Er hat richtig fett gepupst. Da ist er noch... Ja, du hast gepupst. Ich habe es genau gerochen. Oh, nein. Oh. Ja. Das sieht richtig geil aus. Der andere brennend da durchrennt. Oh, nein. Ja, es reicht jetzt aber auch mal, ne? Oh, Alter. Der hat auch einen richtig langen Speer, einfach. Ein bisschen unab. Schon wieder unsauber. Schon wieder! Das macht er mit seinem Schild. Okay. Wenn man bei jedem Gegner, also bei denen, äh, bei denen, weiß man jetzt, dass sie auf jeden Fall hier abkommen. Aber so bei diesen großen Typen hofft man einfach so, okay, jetzt ist einfach so ein Einmalgegner, den ich nie wieder machen muss. Aber dafür sind die halt hier schon zu häufig. Okay, das ist, glaube ich, auch ein Gru. Hier geht es wieder runter in den großen Saal. Ich gerade noch zu versuchen zu vermeiden. Because there are too many fireballs. Da hinten ist einer, zwei. Also von den Leuten wieder rumlaufen. Da ist auch noch ein Feuerball. Das heißt, eigentlich müssten es drei Leute sein. Äh! Das ist doch groß, das rechts, das, das... Macht der was? Bestimmt. Der ist so... Der ist so gerendert. Ja, ich dachte auch, wir machen heute was komplett anderes. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hat was, äh, Böses verkneifen. Ähm. Oh. Ist das etwa ein Feuerspucker? Toll. Den benutze ich wie ein Joystick. Hört ihr den Regen? Also auf meinem, äh, Mikrofonausschlag, äh, sieht man nichts. Kommt du erstmal da raus. Oh nö! Ich hab Joystick. Hörhörhör. You did this already. Creepy, jetzt nichts macht. Alter, die sind richtig doof. Du kannst nichts hören, weil der Regen so laut ist. Oh nein! So, aber das ist doch vielleicht... Can we talk? No. It's not in talk mood. Hard mood, talk mood. Da ist ein Loch. Wie? Achso, der Feuermann. I remember. Was ploppelt hier aber noch? Ah, irgendwas ploppelt da noch. Nein, jetzt hab ich meinen Oberspruch gar nicht dabei. Meine, äh, Wurfmesser, wenn ich sie brauche. Und was hatte ich noch? Natürlich mein Fernglas. Bitte mein Fernglas. So, weiter unten. Okay. Och, jetzt hat er es statt dem Ding. Lieb, die auch auf mich warten. Mein Estus. Habe ich wirklich keinen Feuerball um den. Vielleicht macht der andere ihn kaputt? Das wäre richtig cool. Nein, er ist zu hoch. Die brauchen auch so viele Schläge, die Feuerdinger. Remember. Och, was ist das denn? Hä? Anlocken. Halbe Roten drin. Tuschkedeu. Alter. Nein! Habe ich ne Estus getrunken? Ach doch, bei dem mach ich doch ganz gut Schaden. Schaff ich das? Ich bin lange nicht mehr gesprungen. Schade. Nein! Hey! Hallo! Ähm... Oh nein! Ah, jetzt bin ich eh... Oh, jetzt sind's drei! Scheiße Rai! Oh no! Das ist ja ne richtig schöne Gegend! Oh, ich dachte hier wäre nur so ein bisschen Skelett-Action noch und jetzt sind wir schon tief in der Hölle drin. Was soll denn das? Hallo! Ihrer Meinung nach ist es am wichtigsten ein erfolgreiches Streamer zu sein. Die Qualität des Gameplays oder die Persönlichkeit des Streamer? Mag der Satz wohl weitergehen? Ich kenn nur Louis, naja, nicht Streamer. Aber ja klar, dass der wieder da ist. Ich weiß gar nicht, wieviel Seelen wir hatten. Schon wieder meinen Spruch vergessen. Schlecht vorbereitet. Ich bin schon wieder ungeduldig bei dem. Merke ich doch. Ich glaube nicht das das eine serious Question war. Yululululuuu Ball weg? Ball weg! So, die Frage ist jetzt, komme ich... Macht es Sinn, von hier oben wieder in die Seelen zu gehen? Oder macht es eher Sinn, jetzt umgegangen zu versuchen? Mit Glück kriegen wir dann unsere Seelen wieder. Vielleicht macht es auch Sinn, da zu gehen. Wäre das bestimmt nicht so angeboten. Ähm, würden Sie das bitte lassen? That's Harassment? Vielleicht versucht da auch jemand, in die Seelen zu schreiben. Aber warum? Ich könnte auch sagen, hi! I'm in English person. Tatsächlich nur zu verständnisvoll. Oh, du trittst dich auch noch. Alter, wie ich da auch nicht wegrollen kann, weil die einfach eine Körpergröße von 124 Metern haben. Das war gerade richtig du. Aber das passiert, wenn man mich macht. Wie viel Spaß mir das auch gerade macht, muss ich leider wieder an meine Masterarbeit. Viel Spaß und Erfolg beim Bingo. Ich bin kurz davor. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, Kay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für die Zeit, die du uns schon geschenkt hast. Trotz deiner Arbeit. Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben und bei Animal Crossing. Und i, das ist ganz ekliges Toxin-Gift. Wir sehen uns, also wahrscheinlich werde ich Montag dann auch wieder regulär streamen. Und ich glaube, Dark Web wollte auch noch, äh, auch noch was streamen. An sich ja dann vielleicht. Alter, jetzt habe ich schon wieder Estus. Ich könnte auch. Hm? Du musst mich vielleicht auch mal ein bisschen dran erinnern, wenn ich das nicht... Sehr gut. Okay, das war nur der Feuerball, der auf mich geschissen hat. Ja, toll. Hä? Du Wix-Knödel! Kann ich den jetzt eigentlich hauen, oder geht das nicht? Ich da zu meinen Seelen komme? Oh, was ist das? Vieles auf dem Boden. Vielleicht ist es nur eine Ratte? Das ist eine Ratte. Patrouilliert da hinten. Nice. Ich wollte kurz warten, bis... Ähm... Äh... Oh! Wie hast du mich denn gesehen? Ist das ein Gruny? Äh... Oh, Chicken geht auch. Ja, kein Problem. Ähm... Selbstständig. Tag der Arbeit. Oh je. Äh... Trotzdem dann noch... ... einen schönen Tag. Jetzt crop gleich eine Weine, um das Bingo zu gewinnen. Äh... Und den Rest gibt es natürlich wieder immer auf YouTube dann nachzuschauen. Wie arbeitet auch neben... Der Arbeiten ist verstanden. Naja, ich finde aber auch eine Durchzeichnung... Also ich finde es auch irgendwie nicht ganz schlüssig, dass man am Tag der Arbeit, ähm... Nicht arbeitet. Also... Wann sollte man denn... Wann ist nicht der beste Zeitpunkt zu arbeiten, wenn nicht am Tag der Arbeit? Ich muss hier mein Greenscreen wieder ein bisschen nachjustieren. Okay, ich glaube jetzt bin ich ein bisschen... Das haltet ihr schon aus, oder? Da kann ich endlich mein Estus nehmen, weil ich nicht mehr vergiftet bin. Da ist endlich die Tür. Ja gut, ich hab's jetzt auch nur wegen dem... ...Lein auf dem Boden. In der Raum, wo ich reingefallen bin? Ja, ist klar. Hi! Kennen wir uns nicht? Nein! Dumm. So viel gerolle. Einmal rumgelaufen. I know my Black Knight. Oh. Scheiße! Der war doch schon tot. Hm. Den hatte ich doch eigentlich. Oh, komm. Das war ein Upsi? Da habe ich Upsi gesagt? Steht das im Bing...? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööátist Ich eigentlich gerne auch... ...deckstabben. Shit! Weil der so viel Happi hat. Hä? Warum hab ich den daneben geschlagen? Hier sehen sie die neue Sommerkollektion. In Großaufnahme. Das Gebiet ist schrecklich. Außerdem werde ich hier viel zu schnell, viel zu ungeduldig. Nicht Gutes. Ich hab getreten! Ich krieg den Tritt wieder nicht hin. Ist der noch ein Poison-Schild oder was? Oh Mann! Mach doch mal den Tritt, das wär so schön. Ah, immerhin das. Ist he dead? I'm not sure. Ich vertraue jetzt keiner Happi-Anzeige mehr. Was denn? Wie triffst du mich denn? Was ist die denn? What's she doing? Das ist einfach eine Reichweite von 5 Millionen. da hat der mon dran im believable das war nicht so gut I see nothing oh oh der andere hingetroubled Troublemaker Überabkürzung skill Okay, ich nehme jetzt einen Flask Ich habe ein bisschen Angst hier vor den Feuerbällen So, jetzt kommt erst wieder der Hund Alles klar Genau Stop it Ja, keine Chance Eingekesselt haben sie mich Die Schweine Oh Gott, das ist gerade so No progress Und das in so einem Gebiet Das regt mich richtig auf No grass Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ich habe Feuer gemacht. Ja, dumm, 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 ich seh nichts. Irgendwie lieg ich auf dem Boden. But I don't know why. Okay. Vielleicht braucht ihr mal ein neues Bingo-Sheet, damit ihr die Sachen, die ich jetzt immer doppelt und dreifach mache, nochmal abhaken könnt. Wir müsstest so mal anmarkern. Und manchmal einfach so, weißt du? Manchmal muss man 2000 Estus nehmen. Then again, no. Ach, der war das mit dem zweiten Schlag, ne? Ich vergaß, aber mein Finger tut weh. Lässt du deinen Fuß aus meinem Gesicht? So ein Ziegenmann. Lässt eine Schnüss zu. Oh, ich bin runtergefallen. Äh, ich sag grad, der steht da drin. Ja. That was my plan. And you run into it. Okay, aber was mache ich jetzt? Ich muss den Typen jetzt erst machen. Ist das jetzt nur einer? Ne, da hinten in der Ecke steht noch. Okay. Anvisieren immer noch nicht. Da hier hoch. Zu dick. Ich glaube, er ist zu dick. Nein. Nein. Ich muss den Typen drücken. What? Hallo, ich greife mit meinem Arm komplett durch die Umgebung, um dich dann durch die Umgebung hindurch noch mit Feuer zu beschrügen. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade weitermachen möchte. Oh Mann. Wie lange haben wir denn noch? 2,20 nehme ich jetzt auf. Hm. 2,20. Ohne Werbung. Ich glaube, ich muss leider Schluss machen. Das macht jetzt keinen Sinn mehr, weil ich bin gerade so salty, dass ich das Gebiet gerade nicht ordentlich machen kann. Ähm, und ich will irgendwie ungerne jetzt in das andere Gebiet wechseln, weil wir da jetzt bisher noch gar nichts gemacht haben. Weil es natürlich erst das nächste Gebiet ist. Oder das, was mich da gerade ein bisschen stört. Also eigentlich müssen wir ja auch hier weitermachen. Ah, wir haben noch keinen Bingo-Gewinner. Ja, das stimmt. Außer Anki hört auf zu spielen, ist auch noch ein Bingo-Punkt. Aber so ist das halt. Ähm, au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Außerdem ist ja eigentlich ganz gut, wenn heute noch keiner gewonnen hat, dann fühle ich mich nicht so schlecht, dass ich noch keinen noch nichts vorbereitet habe. Von wegen... Person wird dann irgendwie im Stream gezeigt oder so. namentlich erwähnt. Das einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich meine, das ist jetzt die Frage, bringt das, was jetzt mit diesem Feuermantel anstatt unserem unserer schönen Rüstung eigentlich würde ich natürlich lieber so rum oder so. Deswegen hat das auch gerade alles nicht gut. I was just not dressed well. So hätten wir es natürlich geschafft. So hätten sie auch einfach Respekt vor uns gehabt. So haben wir einen schönen Kettenhemd. Oh, ist das schön, wie das Kettenhemd da so ist. Ich habe Havels Ring noch gar nicht angezogen. Bleed brauchen wir jetzt eh nicht mehr, aber Poison Resist könnte man hier reinmachen. Ich bereite mich einfach schon mal vor auf den nächsten Stream, dass wir dass wir dann cool drauf sind. Ach, hier oben ist eigentlich die Handzeige nicht. Ähm. Allerdings. Ach, hier können wir noch das Ding reinsetzen. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach. Oh, dafür sind die da, dass man die da reinsetzt. Summoning takes place automatically while this is equipped. The watchdogs ensure that the warriors sleep in serenity by taking the form of loyal spirits and hunting down those who would trespass the woods of Farron. The woods of Farron ist das, soll das Farron Keep unten der Sumpf sein. Das heißt, ich würde dann immer gerufen werden. Au. Ähm. Ich würde dann immer gerufen werden, wenn irgendjemand Farron Keep rumläuft. Ich weiß halt nicht, wie nervig das wieder ist. Ich hatte das, einmal hatte ich das für, ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, für den Ratten Covenant hatte ich, da wurde ich kein einziges Mal gerufen und irgendeinen anderen hatte ich, da wurde ich irgendwie ständig, ich glaube, das war das mit diesem Tower, Tower Guard, da wurde ich irgendwie ständig gerufen. Das war natürlich schon wieder ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich außerhalb des Gebietes ist. Okay. Ich meine, wir können es ja mal reinpacken für nix. Wenn es irgendwie nervig wird, können wir es ja wieder raus. Ähm, jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Die Frage ist, brauchen wir noch, äh, brauchen wir noch so richtig Stamina Recovery, denn wir super geil rollen könnten. Ich werde auch nicht immer diese Standardringen nehmen. Oder diese Standardringen nur für Standardringen ausduschen. Ich habe nicht das Gefühl, das wird krass schneller geworden. 58,3 statt 60. Ja, gut. Ist schon weniger, aber nicht so wenig, wie ich gerne hätte. Das heißt, es war ja nicht unter den Füllen und fänd. Dass sich, glaube ich, an der Rolle gar nix ändert, oder? Okay, gefühlt ändert sich da nix. Dann bleiben wir erst mal bei dem Stamina Dingens. Das bleibt so drin. Frage, wir könnten jetzt auch noch bis zu 69 gehen, weil die hier jetzt nicht die Leidseile abwehren. Äh, physischer Schad. Äh, physischer Schad, genau. Physische Abwehr. Die hat sogar die gleichen, gleichen Feuerschutz. Sieht aus. Sieht aus wie Man at Arms von Masters of the Universe. Aber die haben halt physisch auch, physisch sind die ganz schrecklich. Die bringen mir dann noch nicht mal was beim Feuer. Das ist halt die... Ops. Bitte? Okay, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich große Hände und Arme habe. Die aber so... Das ist eigentlich mein... Oh, das ist wirklich mein Arm. Das ist wirklich mein Ellbogen. Ich dachte, das wäre irgendwie noch, ähm, ein Stück vom Hemd oder so. Okay, nein, das geht ja gar nicht. Aber die hier würden dann quasi bis in die Rüstung reinragen. Naja, nicht ganz. Gott, das sieht so schrecklich aus. Also, ich verstehe sie, ja, aber ihr Tischen sind überhaupt nicht meins. Doch, wieder die hier, oder? Sieht halt ganz klein. Kann man da gar nicht so merken. Also, ich brauche was, was halt bis in die Rüstung geht, oder ganz klein ist. Die sind relativ lang. Auch. Okay, es bleibt immer bei meinen Ellbogen frei. Ach, ist das schwierig. Okay, die hörten jetzt hier noch so Bandagen. Ich sehe das jetzt auch erst, dass wir bei der Rüstung... Rüstung hat ja quasi auch schon einen Rock. Er legt sich immer so über unser Brautkleid drüber. Hätte ich noch gar nicht so gesehen. Aber macht ja nichts. Eigentlich mag ich die Rüstung aus. Die Frage ist halt nur, ob wir dann das Brautkleid ausziehen können. Dann sehen wir jetzt halt wieder ein bisschen dreckiger aus, weil das ist wirklich schön weiß. Auch. Anderen Rücken anziehen. Das sind jetzt fünf Lagen Röcke. Der ist auch schon auch schon sehr gut verwertet, gerade die Rücken. Also klar, im Physischen nicht so, aber halt für die Feuersache sind wir eigentlich auch geil. Skirt. Und aber unsere Schuhe. Schuhe mag ich nicht. Nee, ich glaube, es ist schon am besten mit den Weißen, oder? Ich muss jetzt genau hingucken, ob der Unterschied, aber... Doch. Schon eher den Weißen. Aber soll ich da nicht auch weiße Handschuhe einfach... Okay, die sehen ein bisschen aus wie so Tierarzt-Handschuhe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mal schöne Handschuhe finden. Nein. Was ist mit der Dini? Die hatten halt so fette, äh... Stulpen noch dran. Golden, die passen doch eigentlich auch gar an. Schon, da waren die Gurte drum. Einfach von den Werten riechen. Dann eher normale... Was ist auffallen. Schon prüttet. Warne zu schwer. Riecht dich schon an? Einfach aus wie so eine Armprothese. Das ist wieder der, äh, Skeletttarm, den wir eben, äh, an unserer Hand, äh, montiert hatten. Vielleicht müssen wir da auch in den Rüschen rumlaufen. Einfach nur für den Feuereffekt jetzt. Und dann hoffen wir halt, dass wir bald schönere Handschuhe bekommen. Außerdem ist hier nicht so das Problem, dass man, äh, also man sieht zwar schon noch den Ellbogen, aber es ist nicht so, dass man hier so den Ellbogen hat. Also hier ist so eine fette Rüstung. Dann so ein mini Ellbogen und dann halt wieder so ein fetter Handschuh. Das ist halt das, was mich bei den anderen so ein bisschen gefört hat. Ich glaub, so können wir das nächste Mal weitermachen. Hoffe ich. Und dann überlege ich aber nochmal, nein, überlege ich nicht eigentlich, ich wollt's ja der Reihe nach machen, ich muss erst dieses Gebiet machen. Die Frage ist, ist es halt jetzt super, also ist es ein optionales Gebiet und ich muss hier eigentlich gar nicht sein und mach mir einfach super, mega Stress. Oder muss ich doch auch eigentlich hier hin? Aber es war halt schon so ein bisschen versteckt, der Eingang. Also offensichtlich, dass es noch weitergeht, weil da noch ein paar Items unten waren, aber I doubted that everybody found this way. Wie mein, äh, Zeichen da oben jetzt immer leuchtet. Covenant-Zeichen. Hätte ich gerade gerufen? Nee, oder? Das ist gerade, weil ich mit einem Bonfire. Ich glaub, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so das ist. Na gut. Über das Gebiet kümmern wir uns aber dann nächstes Mal. Also ich werde es nächstes Mal nochmal ein bisschen versuchen, vorsichtig reinzulaufen. Ich bin dann hoffentlich auch ein bisschen gechillter. Äh, und... Ich hätte einfach diesen... Wenn ich einfach diesen Schwarzritter noch einmal hätte herwunden können, dann wäre alles gut gewesen. Aber der hat... Das hat mich jetzt so aufgeregt. Na ja. Äh. Egal. Euch erstmal noch einen schönen, äh, schönen Restfeiertag und ein schönes Wochenende vor allen Dingen. Äh, und wir sehen uns dann auf jeden Fall am Montag wahrscheinlich wieder zur normalen Dark Souls Session. Ansonsten werde ich vielleicht in der Woche dann nochmal einmal Zusatz streamen, weil ich jetzt noch eine Woche Urlaub habe. Aber das ist noch... Das steht noch in den Sternen. Also nagelt mich nicht darauf fest. Aber wahrscheinlich sehen wir uns noch ein paar Mal mehr diese Woche. Guti! Dann schaue ich mal eben, ob der, ähm... der liebe Infamous gerade wieder streamt. Und dann könnte ich hier nämlich hosten. Ansonsten würde ich euch einfach so verlassen. Okay, jetzt sind noch zwei Leute da, aber ich schicke euch trotzdem mal rüber. Der spielt nämlich jetzt Mega Man im Speedrun. Also wen das interessiert, kann gerne auch mitkommen. Und ansonsten sehen wir uns dann von anders. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.